Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Heute schauen wir uns Constellation DAG etwas genauer an. Viele haben mich komischerweise auch gefragt, hey, kannst du auch mal den Coin analysieren? Weil natürlich wir auch wegen Obios uns das mal ein bisschen etwas genauer angeguckt haben. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir machen ein separates Video darüber, weil doch die Nachfrage sehr, sehr hoch war. Und deswegen werden wir uns das Projekt heute mal ein bisschen genauer angucken. Natürlich Chart-Analyse und auch ein bisschen, was das Projekt überhaupt an sich macht. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt durch. Und zwar werden wir uns wie gesagt Constellation DAG heute mal etwas genauer angucken. Wir haben momentan eine Marktkapitalisierung von 68 Millionen hier bei CoinMarketCap vorzufinden. Circulating Supply sind 1,26 Milliarden. Insgesamt wird es 4 Milliarden Coins geben. Und momentan kann man es eben auf KuCoin, Gate.io und keine Ahnung, irgendeine Exchange, die ich nicht kenne, momentan kaufen. Wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Und zwar einerseits nochmal auf CoinMarketCap, so ein bisschen wie so der Chartverlauf in den letzten Jahren war, wenn es denn laden würde. Ja, perfekt. Und gehen dann mal so auf All. Wir sehen, okay, wir hatten unseren Peak hier mal bei 0,45 US-Dollar Cent. Momentan gammeln wir hier bei 5 US-Dollar Cent rum. Klar, auch hier Bärenmarkt vollkommen in Ordnung und so. MarketCap haben wir ja schon angesprochen, 68 Milliarden. Man muss dazu sagen, Constellation DAG wird, was ich jetzt so rausgefunden habe und mich ein bisschen so reingelesen habe, von der US-Regierung beziehungsweise vom Militär genutzt. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. Man kann hier 300.000 Transaktionen für 1 US-Dollar Cent, sag ich mal, machen. Also 300.000 Transaktionen. Sorry, Mann, ein bisschen verblabbert. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Projekt, geht aber sehr ins Technische rein. Ist auch ein ziemlich, wenn wir jetzt nicht Obios uns angeguckt hätten, nochmal hier. Obios, wer das Pre-Sale-Video nicht gesehen hat, das blende ich dann hier oben nochmal ein. Nutzt eben auch hier die DAG, sag ich mal, Blockchain oder beziehungsweise das Programm dahinter für ihre ERP-Lösung. Und ist für mich sehr, sehr interessant. Deswegen werde ich auch am Ende vom Video nochmal was dazu sagen. Momentan auch hier 363 auf CoinMarketCap ist noch ziemlich unbekannt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir schauen uns mal einen Chart ein bisschen genauer an. Und momentan, wie gesagt, traden wir hier bei 0,05 US-Dollar Cent. Wir blicken aber gleich mal auf die größeren Timeframes, und zwar auf den KuCoin-Chart. Da sehen wir, okay, Bärenmarkt knallt auch hier rein. Deutlich ersichtlicher Downtrend in so einer Art Falling-Broadening-Wedge. Wir haben hier aus dem letzten, ich sage jetzt mal von 2019 bis 2021, wo wir hier ein bisschen Widerstand hatten. Diesen Bereich haben wir jetzt nochmal getestet. Kriegen jetzt auch hier mehr und mehr Volumen rein. Ist aber, wie gesagt, noch sehr, sehr unbekannt. Deswegen auch von der Market Cap zählt für mich noch ein bisschen als Low Cap. Wir hatten hier so ein kleines Fake-Out in die Region um 0,076. Wäre möglich, dass wir uns das nochmal holen. Wir haben es aber dadurch nicht geschafft, aus diesem Downtrend auszubrechen. Jetzt wisst ihr ja, wer Bitcoin und sowas ein bisschen verfolgt. Alles momentan noch so in der kritischen Lage. Ich halte aber DAG ganz ehrlich für ein mögliches 10x-Projekt. Also da kann sich einiges tun, meines Erachtens nach. Weshalb ich jetzt auch überlegt habe, beziehungsweise es schon in meinem Portfolio ein bisschen Platz gefunden hat. Eventuell zu jetzigen Zeiten habe ich jetzt schon investiert. Werde aber, und deswegen ihr kennt diese grünen Boxen aus den Altcoin-Update-Videos, hier in diesem Bereich bei 0,026. Das wäre nochmal 50% Dump. Das muss hier auch einberechnet werden. Einfach, dass ganz klar auch, sag ich mal, kommuniziert werden. Wir haben zwar hier schon einen Berührungspunkt, 2, 3, 4. Und normalerweise sagt man, beim fünften Berührungspunkt ist hier ein Breakout meistens aus so einem Falling Broadening Wedge vorprogrammiert. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal hier im Auge behalten, beziehungsweise auch die nächsten Wochen hier. Wir hatten unsere Reaktion aus dieser Box schön raus. Volumen hat jetzt erst deutlich wieder zugenommen. Und wie gesagt, man hat hier auch die US-Regierung, sag ich mal, im Hinterrücks mit dran. Ist natürlich geil bei so günstigen Transaktionen, das dann auch zu nutzen. Die Frage ist, ist es auch langfristig dann oder wird sich das dann auch durchsetzen? Das ist halt immer so im Cryptospace immer so dieses schwierige Thema. Man kann nicht drauf wetten. Trotzdem finde ich eben dieses Projekt sehr, sehr interessant mittlerweile. Also ich bin ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich schon sagen. Und ja, charttechnisch, wie gesagt, kurzfristig sind wir eben jetzt hier in dieser kleinen Konsolidierungsphase. Wichtig ist, dass wir einfach diesen Downtrend brechen bei den 0,06 US-Dollar-Cent. Brechen wir hier aus, bin ich hier auf jeden Fall bullish, dass wir zumindest nochmal diesen Bereich von diesem WIC hier testen. Wir haben nämlich auch noch kein höheres Hoch. Und es ist nämlich auch wichtig, dass wir uns hier noch in einem Downtrend befinden. Sobald wir hier wirklich rüberkommen, hier nochmal die Bestätigung sehen, sehe ich hier echt Riesenpotenzial. Aber wichtig ist, wir müssen hier drüber kommen, das war so dieses letzte signifikante Hoch, dass wir einen Daily Close mindestens über 0,07 kriegen. Kriegen wir den, kann sehr, sehr schnell Richtung 0,09 und es wäre dann schon fast ein X, beziehungsweise hier oben dieses letzte signifikante Hoch bei 0,12 US-Dollar-Cent knacken. Also ihr seht, eine Menge Potenzial, aber auch natürlich riesiges Risiko. Weil klar, Regierung ist zwar hinten dran, aber ob das dann wirklich viel, viel mehr genutzt wird oder über die Jahre, weil wie gesagt, ich habe noch nie von dem Projekt gehört. Vielleicht geht es euch da draußen ein bisschen anders, weil ich jetzt eben diese vielen Nachfragen bekommen habe. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Seht ihr das? Es wird auch so ein bisschen als Solana, sag ich mal Killer oder beziehungsweise Konkurrenz auch dargestellt. Wie seht ihr das Projekt? Seid ihr schon bereits investiert? Seht ihr das bullisch? Seht ihr das nicht so bullisch? Anwendungszwecke gibt es anscheinend genug oder beziehungsweise genug, man kann schon Firmen sagen oder Kryptoprojekte, die es nutzen. Aber wie gesagt, charttechnisch müssen wir diesen Widerstand hier bei den 0,06 brechen. Dann aber wichtig auch dieses höhere Hocheben zu erreichen mit Schlusskurs und nicht nur wieder mit WIC hier, weil das war eindeutig ein Fake-Out. Aber nach unten besteht natürlich weiterhin dieses Risiko und da ziehen wir uns jetzt nochmal ganz kurz das FIP-Level. Sollten wir nach jetzigem Stand hier nochmal, wo wir uns momentan befinden oder kurz gestern befunden haben, bei den 0,05 US-Dollar-Cent durchbrechen, ist die Chance für einen Dump zumindest hier nochmal runter und das wären dann, wenn wir hier in den 3-Cent-Bereich runterkommen, noch von 27, 29 beziehungsweise sogar 44% auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Wir sprechen hier von einer Market Cap von 68 Millionen. Es ist ein Low-Cap, das Risiko enorm, deswegen packe ich mir diesen Coin auch in mein Low-Cap-Portfolio und nicht in mein normales Alt-Coin-Portfolio. Das ist dann auch für mich persönlich ein bisschen anders bewertet, auch von der Summe her, um euch das mal ein bisschen hier genauer darzustellen. Es gilt hier extreme Vorsicht, aber mich lässt dieses Projekt ehrlich gesagt nicht los. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und werde auch hier immer mal wieder Updates geben. Trotzdem, wenn ihr irgendwie sagt, okay, nee, Projekt ist Müll, dann akzeptiere ich diese Meinung auch. Aber gerne auch unten reinschreiben, warum ihr da selber investiert halt. Und wie gesagt, wer Obios noch nicht kennt, Video, wird auch am Ende des Videos nochmal als Vorschlag kommen, beziehungsweise auch im Video. Schaut euch das gerne an, die nutzen DRG nämlich auch genauer. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite? Wir können vielleicht nochmal ganz kurz in den kleineren Timeframes gucken, ob sich da ein bisschen was tut. Wir sehen diesen Wick da oben, ist halt eine Menge Liquidität, das sehen wir auch durch die Candle, da ist eine Menge reingekommen. Von unten haben wir uns die Longs schon gefischt, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt kurzfristig für mich eher ein bisschen mehr Potenzial, auf jeden Fall für Upside. Aber dann wird es wichtig, dass wir auch hier aus diesem Downtrend mit Daily, besser wäre sogar Weekly Close, ausbrechen. Und dann sehe ich hier, zumindest für die nächsten Wochen, erst einmal Bullisches kommen. Gut, dann war es das von meiner Seite. Gerne Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.